Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Sumatra Brisa. Der Sumatra Brisa ist ein sehr heftiger, kräftiger Cocktail für den eher herben Geschmack. Doch er hat eine ganze Menge Frucht in sich. So ist er ein Cocktail mit einer Menge Eigensinn. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Gin 2cl Aperol 8cl Maracujasaft 2cl Frischgepresster Zitronensaft 1 Stück Limet Eiswürfel Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas, Trinkhalm Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Gin, Aperol, Maracujasaft und Zitronensaft dazugeben. Alles schön shaken. In ein Longdrinkglas abseihen. Mit einem Stück Limet dekorieren. Mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!